Camping-Urin ist erwacht. Heute wird schon wieder gekämmt. Den ganzen Tag, das wird richtig geil sein. Wenn ich meine Augen verdrehen tue, dann werde ich ganz viele Schimmelpilze und Mikrome sehen. Die stinken dann und genau, die riechen nach verschimmelter Wohnung. Ich warte wie beim Öffnen eines Pharao-Sarges. Genau, so stinkt das da drin. Ich werde eine überkochte Hirnhautentzündung. Und ich werde jetzt Essen machen. 4 Kriegsverletzungen heute, als ich Holz gesägt habe. Ich bin der blödeste Blödmann auf der ganzen Welt. Und der dümmste Dummkopf. Ich bin auf jeden Fall der dümmste vom gesamten Campingplatz. Ja, sag ich doch. Ich bin ein richtiger Outdoor-YouTuber, glaube ich. Es ist sehr gut, dass du Feuer angemacht hast. So, Essen ist fertig. Das ist auf jeden Fall kein Möchtegern-Essen.